Bonjour, mein Name ist Michel für Michel Real Estate. Und in diesem Video behandeln wir die Fonds in privé, also selbst ein Stück Immobilien verkaufen. Und ich weiß das, obwohl ich eine Immobilienagent sind und dürfen profitieren, für den Leuten zu helfen, etwas zu verkaufen, und obwohl ich auch der Meinung bin, dass ein Professioneller noch immer besser kann machen wie ein Amateur, sind ich aber auch der Meinung, dass von ihnen auf verschiedenen Situationen ist, dass sie dann unbedingt alle Informationen soll tun, für sie selber zu verkaufen können. Und obwohl ich selber auch ein Agent bin, sind ich mir bewusst, dass es eben auf verschiedenen Situationen nicht möglich ist, für auch noch ein Agent eine Kommission zu bezahlen, und für das dann auch noch alles hinzukriegen, mit der Freie. Und gerade dafür sind ich mir bewusst, dass heute die Informationen fehlen, für Privatverkäfer, für ihr Wund komplett hinzukriegen. Ich habe schon noch dafür ein Buch zusammengestellt, das könnt ihr kaufen auf Amazon, aber darum geht es heute an diesem Video nicht. An diesem Video werde ich vor allem behandeln, was Sachen sind, die ihr müsst aufpassen. Allereistens natürlich der Preis, die wir doch müssen aufpassen, wie ihr Publikität zusammengestaltet, und dann natürlich Käfer. Wie behandelt man das Leid, und wie sorgt man dafür, dass man Käfer von einer Visite oder Kompromiss rüberkriegen kann. Ich wollte euch dann aber auch nach vornen, dass sobald ihr das Immobiliengrundstück wird annoncieren, also ihr Interesse, Appartement oder Wohnung, Haus, dass dann alle Agenten, oder bald alle Agenten für Lützebüch, erst wird anrufen, mit der Mitteilung, dass sie absolut nicht helfen können, für das zu verkaufen, wie wäre es dann mit einem Modellsample, mehr Kunden, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Bleibt dabei, dass ihr jetzt selber verkaufen wollt, und dann sind wir sicher, dass ihr dann doch werdet hinkriegen. Wir sind euch aber davon bewusst, dass sobald ihr dann noch seht, dass ihr Tonnen hochwertkriegen wird von Agenten, die euch alles werdet suchen, was ihr wollen. Seht also gewarnt. Also allererstens mal der Preis, weil ihr müsst natürlich wissen, welcher der korrekte Preis für mein Haus, oder mein Appartement, oder mein Terrain an diesem Markt steht. Da gibt es zwei Wähe. Der erste Wähe ist der einfachsten, und das ist, dass wir einfach auf Internet gucken gehen, auf den Observatoire de l'Habitation, also LISER, und dass wir dann gucken werden, den Quadratmeter von unseren Immobilien wert aus. Das gibt euch ungefähr eine Estimation von dem, was ihr könnt erwarten, mehr als eine Menge an noch zu grob. Also wäre es gut, wenn wir auch noch andere Estimationen werdet kriegen, von den Leuten, die da gerade probieren zu vermeiden, nämlich die Agence. Wenn euch also viel schlauen, als dass da ein paar Agence langscht kommen lässt, und dass sie jetzt eine Estimation machen, an dem besten Fall, als das auch gratis, und dass der Dono mit den Estimationen besser wüsst, welcher Preis das da könnte erwerden, für das Grundstück, und für den Dono auf den Preis zu annoncieren und machen. Und muss ihn als Privatverkäfer, und ich meine schon schon kurz gesagt, ganz gut aufpassen, dass ihn nicht zu hoch beim Preis aufsetzt. Privatzonen steht heute, weil wir gesehen ganz oft, dass ein Privatverkäfer sicherlich mit ihren Preis aufhängen können, und du nur noch ein paar Minuten, und andere Minuten immer nächstes mit dem Preis hochgehen. Mit Käfer merken lässt, und beahmen, dass du eine gute Affäre zu machen hast. Und also kann es sein, dass von dir immer nächstes mit dem Preis hochgehen, weil ihr euch vielleicht gesagt habt, wir können ja immer noch unterhandeln, oder ein bisschen hochgehen, wenn es nicht klappt, Eben, Käfer werden das mehr gehen, und das werden der größte Teil dieser Käfer ganz einfach nicht mehr interessiert sein, weil sie die wissen, dass irgendetwas nicht stimmt mit dieser Wohnung, und dass ihr das nicht weiter wollt. Also, muss da gut aufpassen, dass ihr nicht den Denkfehler macht, so wie die meisten Privatverkäfer. Das wichtig ist, dass ihr wisst, dass wenn ihr zu hochsetzt, dass kein Werktler nicht kommen, und dass kein Interesse um Haus wird sehen. Und wenn ihr immer nächstes mit dem Preis hochgehen, dann wird dann verschiedene Käfer machen, dass da ein Fertig zu machen ist, und dann wird dann ein Fertig, dass der Erd-Immobilienverkauf nicht den Marketspreis und das ist nicht fertig für ihr. Sobald ihr wisst, welcher Preis ist kein Sinn von ihrer Wohnung, also Zeit für Zahn und Säuren auch für Käfer umzulösen. Früher hat man das einfach so gemacht, dass er nicht in einer Zeitung gesagt hat, und dann hat natürlich alle Menschen sammste Zeitung gelesen, als durch die Annonce zu gehen von dem Verkäf, und dann hat man gesehen, dass ein paar Sachen zu verkaufen sind, die sie eventuell interessieren, und dass sie mal gucken gehen. So war an der Zeit ein Wort privé. Heute ist das mit dem Internet, das ist dann natürlich kein Widerfall. Allereistens muss ihr eine Annonce auf Internet setzen auf einer von den zwei Portalen. Ob der Loh-at-Homme oder E-Motobus ist eigentlich ziemlich egal, Käferkuchen aufbiet, weil motiviert Käfer wird dann überall gucken, wo es nicht mehr möglich ist, für die richtige Wohnung zu finden, die ihnen gefällt. Also könnt ihr das aber auch noch auf soziale Medien setzen. Weil das Portalen von den Immobilien-Websiten bei denen sind am teuersten, mehr auf Facebook, dort sind natürlich am teuersten. Die könnt ihr gerne einen Boost machen, für die Annonce, für die solchen, dass ihr viel mehr möglich leidet, zu sie kriegen. Sobald ihr das dann gemacht hat, fängt an, Messagen, also Facebook-Messagen, E-Mailen und aber auch URIF heranzukommen. Sobald ihr also Messagen werden abkriegen von den verschiedenen Käfer, die Interesse hätten in ihrem Haus, also natürlich, wie gesagt, abzupassen, dass es nicht die Chance sind, aber auch wirklich Käfer sind, die selber kaufen wollen. Ihr das dann aber komplett könnt lassen lassen, wäre es am besten, dass da aber komplett vorbereitet sind. Und dafür, also am besten für erstens mal bei einer Druckerei lernst zu gehen, auch für verschiedene Sachen rauszudrücken. Absolut nidisch sind erstens mal natürlich Visitekarten und Broschüren. Ihr könnt auch ein Paneu drücken lassen, wenn ihr ein Fenster zu setzen. Mit meiner Erfahrung bringt das nicht gerade so viel, wie an denen im nächsten Fall es im Internet setzen. Und dann oft kann ich mir vorstellen, dass ihr nicht unbedingt das Altenopere wissen will, dass ihr verkaufen wird. Wie wird Visitekarten oder Broschüren? Mal ganz einfach, Käfer werden nicht nur Erde gucken kommen. Sie werden verschiedene Sachen gucken gehen. Und heute haben sie einfach keinen Überblick mehr. Und trotzdem, was machen wir? Wir wissen nicht mehr. Und wir haben eigentlich schon die besten Sachen vergessen. Also geben wir ihnen etwas mit, eine Broschüre oder eine Visitekarte, wo man vielleicht etwas für unsere Schulen erinnern kann. Eier, das hat ein Haus oder ein Appartement das wäre ja auch nicht schlecht. Sollen wir nicht nachher gucken gehen. Sollen wir einmal den Verkäfer anrufen, um zu gucken, ob vielleicht etwas mit dem Preis zu machen ist. Die muss die Leute nur die Visiten etwas an den Grab gehen. Also werden die Käfer sich bei euch melden, wenn sie wollen natürlich das Haus oder das Appartement gucken kommen. Das lohnt sich für das gut anzuplanen, so dass das nicht lange nicht geht. Probeiert, so gut wie möglich die Leute zu empfangen, nur ihre Arbeitsstunden oder am Weekend, wenn sie genug Zeit tun, um zu gucken zu kommen. Es gibt verschiedene Taktiken, die ich auch behandle an einem Buch, wofür wir nicht genug Zeit tun, aber für das Video nicht wichtig sind. Es ist wichtig, dass dir die Leute einen besseren Platz für Erd zu sehen. Erdappartement oder Wohnung muss also entdeckt von dieser potentielle Käfer. Für das zu machen, es ist nicht wichtig, für alle technischen Aspekte zu nennen von ihrer Wohnung, aber es ist wichtig, dass ihre Käfer rundherum drüppeln, gucken und selber entdecken, was Wohnung zu bieten hat. Das aber auch und erst für Dornow mit ihnen zu kommunizieren und zu verstauen und zu bearmen und eventuell ein Auferkind kommen. von dem merkt, dass eventuell Käfer interessiert wären für ihr ein Aufer zu machen über das Haus, weil sie sich noch nicht ganz sicher sind. Da muss er fragen. Ohne fragen könnte nicht. Die nicht wollen, die nicht finden. So ist es ganz einfach. Ihr müsst fragen, will der nicht vielleicht ein Aufer machen? Was können dann eventuell bieten für ihr Schwert? Fert das Funnen an ihr Schwert? Das sind Frauen, die absolut Gestalt müssen gehen. Lassen ihr Visiten nicht einfach so gehen, ohne das froher zu stellen. Das sind Denkfehler, den ich auch gesehen bei vielen Leuten, an denen er absolut muss vermeiden. Also, sobald ihr aufgeschlossen ist, darf er nicht Aber wenn dann ein Ofer kommt, dann Zeit für Kompromiss zu unterschreiben. Lassen Sie sich hier nicht erwischen. Es wird so nicht teilen, weil es kein Sinn, dass der Kompromiss nicht direkt unterschreiben wird, dass der Käfer vielleicht nur in einer Wohnung in einer Wohnung besitzt. Also ist es ganz wichtig für ein Kompromiss bereit stehen zu holen, den ihr direkt aufhören mit der Leute, sodass das direkt aufgeschlossen wird und das Käfer mit erst verbunden sind und nicht nach einem anderen Haus gehen. Das ist natürlich der einfachste Weg nicht Kompromisse zu unterschreiben. Aber natürlich ist das in den meisten Fällen nicht so. Es wird gerne in der Handlung und in Lützeburg handeln wir lieber in Europa, wie in Europa handeln, wie in anderen Ländern, in den Vereinigten Staaten, wie in Amerika. Heute in Lützeburg werden wir lieber in Europa handeln. Aber es hängt davon ab, ob die im Preis oder genug Visiten hat, eine Handlung akzeptabel ist. Und das ist nicht wichtig für zu verstehen, ob die das so und unbedingt tun müssen. Nein, der Marsch entscheidet, wie viel das er kann. Also, wenn ein Offer kann, mit einem 3 Lesungen nehmen. Entweder sie akzeptiert und können auf den Kompromiss entweder die komplett und die Potenzial-Käfer kommen auf eine bessere Offer. Oder sie können eine Kontraoffer machen. Denn die Kontraoffer weiß dass sie motiviert sind für zu verkaufen und dass ihr Potenzial-Käfer auch ein Effort muss machen, damit wir uns beginnen, einen Preis für den Kompromiss können unterschreiben. In diesem Video habe ich also ein paar Aspekte behandelt, die ganz wichtig sind für den Verkauf von einem Immobiliengrundstück von der Kengagence benutzen. Also ein Wunder Privé. Wenn ihr einfach mehr Informationen wollt, dann lade ich euch an für mein E-Book Verkauf raufzuladen. An diesem E-Book erkläre ich euch Hugenie, wie ihr auch alte Informationen könnt benutzen wir Professionellen für Erwohling zum höchsten Preis zu verkaufen, eine saftes Kommission zu bezahlen. Sollt ihr einfach noch einer frohen Hut dann natürlich können wir schreiben auf WhatsApp oder auf Facebook, Twitter, Instagram oder natürlich hier auf YouTube. Ich hoffe natürlich an einem anderen Video zurück zu sehen, wie gesagt, ich annonciere immer Videos über den Immobilienmarsch an drei Sprachen, also Englisch, Französisch und Lützebäuerisch. Ich hoffe natürlich an dem nächsten Video zu sehen, wie gesagt mein Name ist Michel von Michel Real Estate.